Hallo, wir sind die Akzente, eine Tochter der Messe Frankfurt GmbH. Wir sind hier auf dem Gelände für die Gastronomie zuständig. Wir betreiben Restaurants, Shops, Supermärkte, Cafés, Bistros und wir vermitteln Personal an Aussteller, je nach Bedarf, als Hostessen, Servicekräfte und was auf dem Gelände alles noch so gebraucht wird. In 2004 sind wir in dieses Gebäude eingezogen, die Dependance. Damit konnten wir auch die Kleiderkammer einrichten, aufbauen und unsere hauseigene Wäscherei. In der Wäscherei waschen wir die Akzente eigene Kleidung für Küche, Service, Shops, Restaurants, Reinigung, Logistik. In der Wäscherei haben wir zwei große Waschmaschinen, zwei Mangeln und eine Bügelstation. Der Vorteil der eigenen Wäscherei besteht darin, dass wir auf unsere Kleidung relativ schnell wieder zurückgreifen können, da wir aufgrund der unterschiedlichen Veranstaltungssituationen natürlich auch unterschiedlich viel Personal im Einsatz haben. Die Messebekleidung geben wir extern ab. Dadurch, dass das unterschiedliche Materialien sind, unterschiedliche Uniformen, können wir die nicht selber waschen. Wir haben da auch nicht die Kapazitäten zu und verwalten nur die Bekleidung der Messe Frankfurt. Das sind die unterschiedlichsten Bekleidungsstücke für die Verkehrsordner, Hostessen, Aufzugsführer, Hallenmeister. Insgesamt haben wir hier zwischen 30.000 und 40.000 Teile in der Kleiderkammer. Die Uniformen haben sich über die Jahre verändert. Sie besteht aus weniger Teilen. Das hat einmal finanzielle Ersparnis, aber schont es auch die Umwelt und es spart dort Ressourcen.